. . . . . . . . . Gut, hast du es leer gelassen. Das ist gut, okay. . Ja. . . . . . . . . Tifa oder Hör? Tifa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yes! Ja. Ja! Yes! Hab ihn drauf! Okay, habt ihr jetzt alle gehört? Ja. Everybody heard it. As you can see here, you are singing. And the spectrograph is showing your record attempt. So you start from here and end your first octave here. You start your second octave here and the end here. The third octave you start here and end here at 72.5 Hz. The Y axis shows the Hz you want to achieve. 72.5 Hz of the musical note D2. The C axis shows the decibel recorded as you sing down the octaves. What's the frequency? 72.5. 72.5, thank you very much. Okay, good stuff. All right, that's a wrap. Oh! Tolles Objektiv was ist denn? Reicht wir brauchen jetzt mal nur haltes noch rein. Ja! Oh oder die 0-2! Jetzt habt ihr genug, auf alle Fälle! Mein Gott! Bis zum nächsten Mal.